zocken im stehen geht das überhaupt und wie arbeitet sich eigentlich an so einem elektrisch höhenverstellbaren schreibtisch ich habe den flexi spot e7 einige zeit ausprobiert und werde euch jetzt erzählen ob dieser schreibtisch sein geld wert ist für 419 euro bekommt man das e7 tischgestell von flexi spot welches tischplatten mit bis zu 210 x 80 cm tragen kann theoretisch kann man jede beliebige tischplatte auf dem gestell nutzen ich habe eine 140 x 70 cm große tischplatte von flexi spot selbst darauf verwendet der aufbau des schreibtisches war unkompliziert mit der deutschen anleitung die beiliegt schafft das jeder der keine zwei linken hände hat auf jeden fall problemlos ist der schreibtisch zusammengebaut und an strom angeschlossen kann er direkt mit der beiliegenden steuereinheit von sanodesk verstellt werden ein kleines display in der mitte zeigt einem dabei die höhe oder andere sinnvolle informationen an je nach programmauswahl mit den pfeiltasten ist eine verstellung des schreibtisches mit einer genauigkeit von unter einem millimeter im bereich zwischen 58 und 123 cm möglich die traglast beträgt maximal 125 kilo das sollte für jeden locker ausreichen da könnte ich mich sogar drauf setzen und den hoch und runter fahren rechts gibt es vier speichertasten um eingestellte höhen zu speichern und mit der taste m kann man das bedienfeld sperren so dass die höhe nicht aus versehen verstellt werden kann sollte das trotzdem einmal passieren und etwas ist dem tisch im weg braucht ihr aber keine angst vor schäden haben da der motor bei einer kollision automatisch stoppt insgesamt gefällt mir der schreibtisch sehr gut die möglichkeit gerade bei längerem arbeiten am computer mal im stehen weiter arbeiten zu können habe ich wirklich schätzen gelernt und wenn die smartwatch mal wieder meckert dass ich zu lange sitze natürlich weil ich wieder den ganzen tag gezockt habe dann kann ich jetzt auch einfach im stehen weiter zocken wobei ich da sagen muss das ist zwar ohne probleme möglich und gerade entspanntere oder singleplayer games lassen sich wunderbar im stehen spielen bei kompetitiven spielen wie call of duty war zone oder rocket league sitze ich dann aber doch lieber um mich voll aufs ganze spielgeschehen konzentrieren zu können trotzdem möchte ich einen elektrisch höhenverstellbaren schreibtisch nicht mehr missen und wer selbst nach einem entsprechenden modell sucht dem kann ich den flexi spot e7 auf jeden fall empfehlen für 419 euro ohne tischplatte ist das zwar nicht billig aber aus meiner sicht angemessen für die robustheit und qualität des tisches und der verbauten komponenten der einzige kritikpunkt den ich habe ist dass flexi spot keine größere kompatible tischplatte selbst anbietet als meine 140 x 70 cm große allerdings kann man auch bedenkenlos tischplatten anderer hersteller verwenden so dass man das eigentlich nicht als richtigen negativpunkt werten darf somit kann ich den schreibtisch guten gewissens weiterempfehlen und zocken im stehen ja das solltet ihr auf jeden fall mal ausprobieren das ist tatsächlich gar nicht so schlecht das produkt wurde mir von flexi spot kostenlos zur verfügung gestellt ich produziere jedoch keine bezahlten reviews und flexi spot hat auch keine kopie des videos im voraus erhalten das bedeutet sie sehen das video gerade zum ersten mal genauso wie ihr